Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Studio Kanal. Hier und heute quatschen wir mal über die Auslosung der Champions League des Achtelfinals. Aber Leute, das hier ist jetzt keine Prediction. Ganz ehrlich, jeder, der jetzt eine Prediction macht, für Spiele, die wir erst ein paar Monaten haben, wo du gar nicht weißt, wer ist fit, wie sind die Teams in Form, wie sieht es aktuell aus, das ist kompletter Schwachsinn. Trotzdem will ich einfach mal nur über die Paarungen an sich quatschen, gucken, haben wir da interessante Spiele, haben wir Favoriten oder nicht, aber es wird hier keine Classic Prediction geben. Das wollte ich nur sagen, das machen wir dann kurz vor den Spielen, wenn sie dann irgendwann im Februar oder März oder wann auch immer stattfinden. Wir gehen auf die erste Paarung und zwar Leipzig-City. Hier haben wir natürlich ein Duell, wo man ganz klar sagen muss, City der ganz große Favorit, Leipzig hier nur mit Außenseiterchancen. Trotzdem denke ich, sehen wir hier zwei interessante Teams, die auch von den Charakteristiken einfach vielleicht sogar gut zueinander passen, was das Spiel an sich angeht. Denn City hat gerne den Ball, die wollen gerne maximal viel Ballbesitz haben und Leipzig, wissen wir, kontert sehr, sehr gerne. Deswegen könnte das eine interessante Dynamik sein in diesen beiden Duellen. Natürlich City ist der große Favorit, alles andere würde einen sehr überraschen. Trotzdem glaube ich, dass Leipzig auch einzelne Stiche setzen könnte in diesem Duell und ich denke, wir haben da auf jeden Fall eine schöne Dynamik in diesem Spiel mit einem ganz klaren Favoriten. Dann haben wir Brügge, Benfica. Hier muss ich sagen, ich finde es einfach geil, dass die beiden zusammengelost worden sind, weil das waren zwei der Teams, die in der Gruppenphase wirklich mit dem besten Fußball gespielt haben beziehungsweise mit den besten Ergebnissen geholt haben, gerade für ihre Verhältnisse. Ich meine, Benfica, dass die weiterkommen oder dass Brügge weiterkommen, das war nicht so wahrscheinlich bei Benfica schon eher als Brügge, weil Juve halt auch schon zu der Phase, wo die Champions League anfingen, einfach nicht gut drauf war. Ich habe es, glaube ich, auch prediktet, dass Juve nur Dritter wird. Ich war da sehr negativ eingestellt, zu Recht, was man ja auch gesehen hat. Und man hat hier ein geiles Duell und ich finde einfach geil, dass die Auslosung eine dieser beiden Teams ins Viertelfinal gebracht hat. Jeder, der mein Video zur Gruppenphase gesehen hat, der weiß ja auch, wie sehr ich zum Beispiel Rangers und solche Teams eben kritisiert habe, dass die gar keine Bereicherung für die Champions League ist. Brügge zeigt, wie es sein kann, dass du auch als Team ohne großen Namen, weil darum ging es mir nicht, du brauchst nicht den großen Namen, sondern du musst eine Bereicherung für den Wettbewerb sein und Brügge war es in dieser Champions League-Saison absolut. Und genauso Benfica ja sowieso auch schon traditionell. Deswegen geil, dass einer dieser beiden Teams auf jeden Fall im Viertelfinale stehen wird. Dann haben wir eine Mega-Paarung. Liverpool, Real Madrid, ich meine, die haben wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal in einem Champions League-Final gesehen. Richtiges Gigantenduell. Ich hoffe persönlich einfach nur, dass Liverpool zu der Phase dann deutlich besser drauf sein wird. Denn wenn man schon solche Duelle hat, dann will ich das nicht nur von Namen haben, sondern ich will wirklich auch das auf dem Platz sehen. Weil es wäre schade, wenn wir Liverpool in der aktuellen Verfassung sehen würden, wo sie halt einfach, wenn man ganz ehrlich ist, nicht so stark sind. Deswegen hoffe ich, dass nach dem WM-Break und Co. wo sie richtig geil in die Rückrunde starten und wir wirklich diesen Monster-Clash haben, ist für mich neben PSG Bayern natürlich das geilste Duell hier in der Achtelfinale der Champions League. Dann Milan-Tottenham. Sehr interessantes Duell, muss ich sagen. Wo man auch hier sagen muss, Fikonte ist das sehr, sehr wichtig. Wenn wir das Duell an sich, interessante Paarung. Ich würde sagen, Milan leicht favorisiert aus heutiger Sicht. Aber wie gesagt, da muss man dann mal schauen. Aber für mich ist es noch fast interessanter zu sehen, was kann jetzt Antonio Conte international. Denn er ist diesem Beweis ein bisschen, ja, bisher schuldig geblieben. Tottenham, klar, die sind dann am Ende doch Erster geworden in der Gruppe. Aber das jetzt auch nicht sehr überzeugend. Schon bei seiner Juve-Zeit konnte er nicht ganz so überzeugend international. Bei Chelsea auch nicht. Und hier bei Tottenham die Gruppenphase war jetzt auch nicht perfekt. Und ich bin sehr gespannt, schafft es Conte, dieses Team international einzustellen, um für sich selber auch als Trainer, um endlich mal diesen schwarzen Fleck in seiner Karriere, so international, dass es bei ihm nicht läuft, endlich mal zu kaschieren. Das wird sehr, sehr interessant. Oder gehen Conte-Teams dann doch international baden. Und er ist mehr ein nationalperfekter Trainer, der auch über Konstanz kommt, aber dann in diesen K.O.-Spielen eher versagt. Das werden wir herausfinden. Das ist für mich so die größte Frage bei dem Duell. Dann Eintracht Frankfurt-Napoli. Stimmungstechnisch wahrscheinlich der Höhepunkt dieses Achtelfinals. In beiden Stadien dürfte die Hölle los sein. Das wird richtig geil. Stimmungstechnisch, klar, Napoli aus heutiger Sicht der ganz, ganz große Favorit. Auch so, wie sie spielen. Auch wenn Frankfurt weitergekommen ist, würde mich alles andere sehr, sehr überraschen. Aber wir müssen natürlich gucken, wie es dann aussieht. Wie gesagt, ich mache hier jetzt keine Prediction. Sondern wir gucken dann natürlich, wie es drauf ist. Es kann natürlich auch sein, dass Napoli nach dem WM-Break komplett einbricht. Und plötzlich ist Frankfurt der Favorit. Das kann sich alles switchen. Schönes Duell. Denk auch für die Frankfurter als auch für die Napolitaner. Geiles Duell. Stimmungstechnisch, wie gesagt, wird das richtig, richtig geil in beiden Spielen. Und ich glaube, das ist auch so dieses Duell, was so am hitzigsten werden kann. Gerade weil die Crowd, die Zuschauer da richtig anheizen werden. Das könnte so dieses giftigste Spiel werden, meiner Meinung nach. BVB Chelsea ist ein Spiel, wo ich schwierig Worte zu finden kann, um ehrlich zu sein. Weil da sind so viele Fragezeichen. Gerade aus heutiger Sicht noch, wo man echt sagen muss, was willst du großartig zu dem Duell sagen? Von den Namen her schön. Schönes Duell durchaus. Aber es ist einfach so viele Fragezeichen. Gerade auf Seiten von Chelsea einfach. Weil Chelsea ist momentan weit weg von dem, was sie eigentlich könnten. Das würde dem BVB natürlich eine große Chance. ereilen. So, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn Chelsea so auftritt wie bisher in der Saison, geil. Kriegt Chelsea sich aber gefestigt bis zu dem Zeitpunkt. Sehr, sehr schwere Aufgabe für den BVB. Allgemein muss man sagen, echt die Bundesliga-Teams mit sehr, sehr harten Losen. Also für die Bundesliga, so geil die Champions League-Saison lief, muss ich sagen. In der K.O.-Phase sieht es für mich nach den Auslogen eher danach aus, dass ich sage, von 4 gehen eher 3 nach Hause. Aber es wird sehr interessant, wie gerade Chelsea in diesem Duell dann so wirklich in Form sein kann. Trotzdem, Chelsea, BVB hatten wir das die letzten Jahre. Ich glaube nicht, kann mich nicht daran erinnern. Das finde ich auch immer ein sehr interessantes Duell, auch ein bisschen erfrischend. Und schauen wir mal. Inter Porto ist dann halt auch so ein Duell, wo ich auch Fragezeichen über Fragezeichen über Fragezeichen hatte. Einerseits den FC Porto. Die waren ja lange Zeit immer so das portugiesische Team, das gut performt hat und Co. Aber in den letzten Jahren ging so der Status von Porto immer so ein bisschen weiter runter, runter, runter. Und ich finde sie auch sehr, sehr schwierig einzuschätzen nach der Gruppenphase. Also auch wenn ich jetzt heute so sagen müsste, bin ich überzeugt von Porto oder nicht, muss ich sagen, so richtig nicht. Ich kann sie schwer greifen. Das Gleiche ist aber auch bei Inter der Fall. Das ist für mich so eine Paarung, wo zwar Inter ein ganz großer Favorit ist, rein vom Namen her, vom Kader her. Aber auch Inter ist super schwer zu greifen, wenn man, ich meine, was sie können, das weiß man an sich. Natürlich, aber manchmal haben sie auch so Auftritte wie zum Beispiel gestern gegen Juve, wo du einfach gemerkt hast, wow, das Team hat einfach mal, die sind ja fast noch ideenloser als Juventus Turin und das ist schwierig. Das ist auch, das sind einfach, das ist so eine Paarung, die kann ich nicht greifen, wo ich nicht sagen kann, ja, was erwartet uns da so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine, wie ich vorhin meinte, wenn Liverpool, Real Madrid beide in Topform kommen, dann hast du einen Clash, dann hast du ein richtig geiles Duell. Aber das sind momentan beide Teams hier so Inter Porto, wo ich sage, bin ich mal gespannt. Aber aus heutiger Sicht, mit dem heutigen, was man Stand heute hat, schwierig zu greifen. Und dann haben wir PSG gegen Bayern, auch ein Champions-League-Final, was wir vor ein paar Jahren hatten, wo Bayern dann die Champions-League gewonnen hat. Schönes Duell, Rematch hat man da auf jeden Fall. Bayern-PSG, das wird auf jeden Fall fußballerisch vielleicht das beste Duell sogar. Kann man sich, denke ich, darauf einstellen, dass es auf jeden Fall ein hochklassiges Duell sein wird. Natürlich Gigantenduell für Bayern auch, ein sehr, sehr harter Weg. Ich meine, man macht immer oft Witze, ich meine, wie oft hat man bei Instagram Kommentare gesehen, ah, Bayern kriegt eh Brügge, Bayern kriegt eh Brügge, Bayern kriegt eh Brügge. Ja, Bayern hatte eine Todesgruppe und jetzt PSG. Ich denke, so langsam können diese, Bayern hat immer nur einfache Gegner-Bullshit, was einfach nur Bullshit ist, können jetzt mal langsam aufhören, denn sie haben PSG bekommen. Wahrscheinlich den härtesten Gegner, auf den du hättest treffen können. Schwerer wäre es nicht gegangen, Liverpool vielleicht noch. Da kann man jetzt diskutieren, ist PSG oder Liverpool schwerer. Aus jetziger Sicht definitiv PSG so schlecht, wie Liverpool's Season ist. Sie treffen auf einen Giganten, für PSG natürlich auch eine geile Chance, sich zu rächen. Denn wenn du ein Champions-League-Final verlierst, dann gibt es natürlich nichts Geileres, als nochmal auf dieses Team zu treffen, um es dem vielleicht heimzuzahlen. Ich meine, wir hatten es ja zum Beispiel, bestes Beispiel, Milan-Liverpool, 2-5, dieses legendäre Finale, was Liverpool gewonnen hat. Und dann konnte sich 2-7 Milan nochmal revanchieren. Und das war natürlich super geil für die. Aber ich glaube, PSG brennt auf dieses Duell. Auch hier kann man, wie immer, nur bei Top-Duellen hoffen, dass beide Teams in Bestform erscheinen. Dann haben wir wirklich ein richtig, richtig geiles Duell. Wie gesagt, Leute, ich mache nochmal dann kurz vorher, also wenn dann irgendwann im Februar oder wann auch immer die Spiele sind, ihr wisst es dann wahrscheinlich gerade besser als ich, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Dann, wenn die Spiele auf jeden Fall sind, könnt ihr da mit rechnen. Dann werde ich eine richtige Prediction rausholen, dass man wirklich mal sagt, okay, das und das sind meine Favoriten mit Prozentanzahl und Co. Dann kann man da noch viel geiler hingucken. Insgesamt muss ich aber sagen, eine erfrischende Auslösung. Wir haben nicht diese Paarungen, die man immer und immer wieder hatte, wie ich finde. Coole Duelle, viele Duelle, die man jetzt noch nicht so oft gesehen hat in den letzten Jahren so. Ich hatte auch Milan-Bayern irgendwie gefeiert, muss ich sagen. Das war so ein Duell, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne sehen. So Milan gegen Bayern, das hätte mir gefallen, aber vielleicht im Viertelfinale nochmal. Wir werden es rausfinden. Euer Veloz schon meldet sich ab und bye-bye.